1979 wurde die Tanzschule von Klaus und Christine Hippmann gegründet. An ihrem neuen Standort werden 15 fixe und 26 freie Mitarbeiter tätig sein. Die insgesamt 2100 Quadratmeter lassen sich durch mobile Trennwände in sieben Tanzsäle unterteilen. Herzstück ist das Tanzlokal Hippmann Sieben, das am Wochenende für jedermann geöffnet ist. Es wird als bewährtes, aber auch neues angeboten. Wir bieten hier in der neuen Tanzschule Hippmann die bewährten Kurse an und ganz viele neue Kurse, auch für Single Ladies, zum Beispiel unser Solo Ladies Club, wo man auch verschiedene einzelne Tänze tanzen kann. Und ja, die Jugend wird hier nicht nur tanzen lernen, sondern ganz viel Spaß haben und einige Partys erleben. Und die vielen Erwachsenen werden hier hoffentlich wunderschöne Abende zu zweit verbringen oder auch mit Freunden. Es ist tatsächlich Österreichs größte Tanzschule geworden. Wir wollen aber nicht eigentlich die größte sein, sondern eine großartige. Und ja, haben uns sehr bemüht und sind glaube ich jetzt für alle Altersgruppen fit und man kann hier sicherlich schön und lustig tanzen lernen. Nicht nur das Ambiente der neuen Tanzschule wirkt anziehend und gemütlich. Auch die Architektur ist wohl durchdacht. In den Sälen befindet sich keine Säule, aber auch Partys können bei Hippmann gefeiert werden. Und eine Bar hat täglich geöffnet und bietet Trinks, Cocktails und kleine Snacks. So mancher hat schon vor Jahren das Tanzbein bei Hippmann geschwungen und sich die eine oder andere Auszeichnung ertanzt. Also ich bin bei der Tanzschule Hippmann mit meinem Ehemann bis zum Tanzkurs in Bronze gegangen. Total, wir haben eine schöne Zeit gehabt. Wir tanzen auch jetzt noch gerne. Ich habe ja begonnen bei der Tanzschule Hippmann mit Bronze, Silber, Gold, Goldstar. Übrigens meine Tanzpartnerin war damals die jetzige Vizebürgermeisterin Rachel Mühlberger. Wir haben das bravourös gelöst und deswegen sage ich auch heute noch, ich schwinge unfassbar gerne das Tanzbein. Ich bin immer ein begeisterter Tänzer gewesen und deswegen versuche ich auch das wieder aufzufrischen. Also ich habe auch vor, dass ich jetzt wieder fleißig tanzen gehe. Um gut tanzen zu können, sind drei Dinge notwendig. Üben, üben und üben. Ich bin ein begeisterter Tänzer. Ich kann es zwar nicht besonders gut, aber deshalb gehe ich auch regelmäßig zum Tanzunterricht. Ich wünsche viel Erfolg. Es ist eine tolle Location und das Engagement vor allem von allen beteiligten Familienmitgliedern und den Mitarbeitern ist großartig. Und ich weiß, meine Tochter hat hier selbst 13 Jahre getanzt und die machen wirklich gute Arbeit. Wer Lust zum Tanzen hat, geht zu Hippmann.